Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sitzt sie? Das hier wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach getrunken? Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus. Nie das verrestige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Die Stadt Feiglinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahre lang hat das Militärme der Aktionen nur behigert! Es hat mich jeden Tag nur als Wettkirchen... Widerstand! Ich hab' ich weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch hab' ich allein, allein aus Mist gesteckt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch!